Das ist der erste Raftseerpinsel, den hat mir meine Mutter geschenkt. Das war so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil das war das Werkzeug, was einen zum Mann gemacht hat. Wenn er jetzt gesagt hätte, ich bin schwul, das wären wir am Anfang fast die Liebe gewesen. Er wäre ja bleiben, was er war, Armin, aber auf das wäre ich nie gekommen. Ich hätte ihr mit zwölf nicht sagen können, das ist Transsexualität. Ich kann mit den Fühlen nichts anfangen, warum es mir so schlecht geht. Und da war ich furchtbar depressiv. Wenn sie 35 Jahre, das muss doch leben. Das ist natürlich unglaublich, das ist ein Feuer. Ja, aber wieso musst du da noch gerade heiraten? Es ist nicht so einfach, das Thema. Es ist wirklich ein... Du hast mich ganz schön reingelegt. Im Grunde, wenn man sie so will, hast du eigentlich dir und den anderen Menschen immer was vorgestellt. Ja, aber man fühlt sich mal so ganz leicht verarscht. Die waren auch zufrieden mit dir. Fakt ist, die Carina hat mich nicht transsexuell gemacht und ich bin doch die Carina nicht transsexuell geworden. Aber dein Weser hat sich verändert, total. Das war das, was ich heute fertig gemacht habe. Das lass ich mir nicht nehmen. Nein, da muss ich jetzt ganz entschieden sagen. Doch, doch, doch. Die haben doch nichts gelernt. Die haben doch nie was kapiert. Hä? Die werden nie was kapieren. Was die uns emotional eingetan haben. Ja. Sich selbst nicht gelebt. Ja, darüber bin ich traurig, dass die Zeit verloren ist. Weil ich jetzt immer zähle, wie viel Zeit habe ich noch, um mich selbst zu leben. Manchmal sollte man sich gar nicht da so große Gedanken drüber machen. Es ist so, wie es ist. Und ich denke, was mich jetzt zufrieden macht, ist, dass ich endlich meinen Weg gehen kann. Geräusche